Musik Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge ähm, Survival Games ja, ich weiß schon wieder Survival Games, aber ich muss das jetzt heute noch schnell aufnehmen deswegen ganz schnell ne Runde ähm, ja weil es ist schon fast 19, es ist 19.30 und ich hab das Video noch nicht für heute ich muss das jetzt schnell schneiden und schnell hochladen das mach ich aber noch, das schaff ich Gott sei Dank noch, ich denk mal ich schaff's ich hoffe, sonst kommt's am Montag aber ich beeil mich oh, wir haben Pfeile und Bogen jetzt haben wir zwei Bögen, ach egal Steinschwert und noch ein Steinschwert wäre der Gamer jetzt im ist er auch hier neben mir ja, wäre der Gamer jetzt im Spiel dabei oder in der Runde dabei dann hätte ich das Schwert gegeben aber es ist Teamsverbot, das ist das Team SG Warte, den hol ich mir jetzt aber warte, ich krieg den nicht ich krieg den nicht oh scheiße, scheiße, scheiße ah nein scheiße, der hat einfach so geile Rüstung gehabt schnell nächste Runde, schnell nächste Runde schnell nächste Runde, Leute weil ich hab nicht so viel Zeit, es ist schon haben wir schon eine Minute verballert schnell voten, nicht für diese scheiß Sandivans wo ich grad gestorben bin einfach eine andere Map ja, ähm, ja der Gamer fährt bald mit der Schule wohin aber, naja er macht eine Überraschung und zwar aber das werde ich jetzt nicht erzählen darf ich nicht, deswegen schaut einfach so in am Freitag oder Samstag hier, schaut einfach auf Samstag auf seinen Kanal vorbei dann kommt was sehr besonderes eine Überraschung was er in Friesa macht wenn er dann wegfährt ähm er fährt das, er hat er, nein, hab ich nicht er macht einen Vlog, aber, naja nein, das ist ja logisch das hast du schon gesagt mal wir werden, wir werden sowieso noch wohin fahren in die Steiermark dann möchte ich da auch wieder einen Vlog machen, aber in einem Monat dann gibt's natürlich wieder einen Vlog mit mir auch ich auch dann da machen wir beide wieder einen Vlog oh scheiße, scheiße geh mal, geh mal was? was? scheiße kacke, ich hab nichts hehehe, nein! verdammt, verdammt verdammt, ey echt? ja, ähm, dann so, jetzt nächste Runde, nächste Runde keine Ahnung nächste Runde einfach nächste Runde, nächste Runde, nächste Runde ähm das, glaub ich, das, glaub ich das ist jetzt nicht das ist jetzt nicht wahr, oder? boah, Mann da einfach schnell rein, schnell rein und wieder nicht reingekommen ich geh jetzt rein ja, auf einmal ist da keiner drin, da stand grad vier Leute waren sind drin, wollen, wenn die mich wieder verarschen, oder was so, ist grad jemand reingekommen ich hasse es einfach, wenn Leute in die Aufnahme reinkommen das nervt einfach, wenn ich play schnell ja, jetzt ich mach jetzt noch ungefähr eine, zwei Runde mach ich, glaub ich, noch wenn die gut läuft, dann nur mal die mal schauen, wie die Runde wird texture pack is chroma hills lass den Scheiß jetzt, Gamer lass den Scheiß jetzt hier ja, pack openings werden bald wieder kommen aber erstmal muss ich ein paar Vlogs hochladen ich hab immer gesagt, ich mach's aber hab ich doch nicht gemacht, weil es ist einfach der Gamer hat ein neues Handy bekommen deswegen, ein Unboxing Video wird bei ihm auf den Kanal kommen eigentlich wollte ich bei mir das hochladen, aber machen ja, es ist dein Handy, deswegen kommt auf seinen Kanal eigentlich wollte ich's wollte ich's auch aufnehmen, für meinen Kanal noch aber naja aber ich werd mir eh, einen Monat hol ich mir auch ein neues Handy und dann kommt das auch dann kommt bei mir auch ein Video davon nur so mal, ich weiß nicht was ich erzählt habe, aber ich bin bei Instagram heute so nicht nein, nein, das brauchst du nicht sagen bei Instagram hat er noch ein bei Instagram hat er noch einen anderen Account, aber das ist eigentlich eh egal weil da folgt sowieso keiner er ist jetzt ein Team der hatte halt so ein Video gemacht, so ein paar Videos von Reelive über ihn, wo er was filmt und so Alter Alter, das ist ja nicht normal, ey ständig kommen Leute da Was machst du, Mann? Ich will den anderen Typ abstauben aber jetzt machen die natürlich Team, alles klar Das sind Teams ja noch das sind drei Leute jetzt, ich hau ab ich hole mir den jetzt jeder andere Nein, Spaß, kennt ihr das von Family Guy? Gibt's das? Gibt's das? jeder andere das ist Ja, Alter, was hat der für Rüstung? Ey, jetzt verfolgen die nicht, oder was? Aber solche Naps, ey, das ist ja Regt aber echt auf, wenn die einfach Team machen Schon wieder jemand reingekommen Ey, das nervt Ey, das nervt, ey Ich hasse es, wenn Leute einfach in die Aufnahme stöhnen Ich hoffe, ey, man hört nichts Ich hab sowieso Alter, jetzt kommt da unten auch noch einer Da vorne auch einer Ja Nein Alter, das ist so das ist so komisch Alter, es sind so viele Leute hinter mir her Ich werde es nicht schaffen, wegzurennen Doch Schaut mal Schaut mal, da kommen zwei Leute und da hinten ist wieder einer Alter, Leute, die Runde wird so spannend Einer ist schon verreckt Oder einer ist gestorben Ich renne jetzt Ey, das könnte jetzt ein Fehler gewesen sein Nee, doch nicht Ach, Kacke Ich kann nie irgendeinen Kuchen fressen Das ist einfach Rassig Ja, wahrscheinlich Ich schreib das jetzt, mir wurscht Wahr Wahr Scheinlich Ich schreib Ich hab das jetzt falsch geschrieben Ist mir egal Wir müssen diese Teamer Naps Teamer Äh Die Summa ist einfach ein Zweierteam auf mich Genau Was ist das Team so erlaubt? Deswegen kann ich nichts machen Das hasse ich einfach Aber naja Leute, das war's War da gerade jemand mit dem gleichen Skin? Super, der ist weg Der ist weg Egal Der ist weg Super Ich will sowieso wieder nicht reden Oder der ist Nee, der ist keiner Da war aber niemand Da war echt In der Runde Ja, echt Ja, ich werde das beim Schneiden eh sehen Also Leute dann Bis zum nächsten Mal Ciao Ja Ja .